Hallo liebe Freunde der Stamm-Schmiergelt. Gewinn, Verlosung, Auslosung, wie auch immer, ich denke mal ihr habt euch wahrscheinlich echt drauf gefreut, der Tag der Tage ist gekommen, mich hat es gefreut, wir uns beide haben uns echt gefreut, alle, dass ihr so gut daran teilgenommen habt, das freut uns wirklich sehr und wir sind mittlerweile 126 Abonnenten, sehr geil, sehr sehr gut, finde ich richtig richtig gut, muss ich sagen. Gewinn, Verlosung, haben wir angekündigt, kommt. Platz 5, haben wir so gesagt. Jawohl, Platz 5. Ich habe hier so eine kleine Plattform, da kann ich die ganzen Gewinne auslosen, das gewinnt gleich der Platz 5 und das ist alles souverän, da habe ich nichts mit zu tun, das sind alles per Zufall ausgelost und deswegen... Viel Glück, allen Teilnehmern. Auf jeden Fall, viel Glück. Wir können nichts mehr gegen machen, ihr habt daran teilgenommen und wir starten einfach mal. Ja, jetzt geht es los. Der Lukas Tietz ist der Gewinner dieses Tourenbottels. Jawohl, Platz 5 für Lukas Tietz. Lukas Tietz ist unser Arbeitskollege. Ich kann den Kommentar einmal vorlesen. Herzlichen Glückwunsch zu über 100 Abonnenten, top, macht weiter so und allzeit Petri halt. Vielen Dank für ein geiles Kommentar, damit hast du die Bedingungen erfüllt und dir gehört der Tourenbottel. Sehr gut, sehr sehr gut. Glückwunsch. Ja, dann kommen wir zu Platz 4. Dieser schöne Spoon, von Ruf des Nordens. Sehr viel Erfolge schon mit erreicht. Ja, definitiv. Wir machen ein sehr geiles Handfertigungs. Noch mal schönen Dank an Flo und Maddy. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank Flo und Maddy. Habt ihr gut gemacht. Kann man auf jeden Fall sagen. Schauen wir mal, wer diesen bekommt und damit in Zukunft auch ordentlich Fisch aus der Teiche holt. Richtig. Die machen die Teiche leer mit denen. Das machen wir doch. Das ist an Platz 4. Das ist Platz 4. Und den losen wir mal aus. Svenja. Der Platz 4 geht an Svenja Dreier. Von den Trouthunters Ladies. Jawoll. Ihr habt geschrieben. Glückwunsch zum Einjährigen und zu den 100 Abonnenten. Wir freuen uns schon euch bald alle live kennenzulernen und sagen bis dahin Petri Heil. Warum live kennenzulernen? Wenn ihr das Video seht, das geht ja, also wir sind jetzt gerade am Samstag. Das geht morgen online. Und dann sitzen wir alle schon mit Svenja am Wasser und haben beim Toni Forelli im Oldenburger Land unser Adventsangel. Richtig. Sehr geil. Ja Svenja, kommt ihr zu? Ja. Morgen. Ja, morgen. Ja, sehe ich genauso. Sehr, sehr gut. Glückwunsch dazu. Und nein, noch mal zu erwähnen. Wir haben damit nichts zu tun. Das ist wirklich Zufall. Das ist live. Das ist wirklich Zufallsgenerator. Auf jeden Fall. Kommen wir zu Platz 3. Ja. Der kriegt schon zwei Spooner. Ja. Und wieder sehr geile Farben. Ich habe zum Beispiel eine schon mal gar nicht von denen. Das läuft wieder hier. Selber schuld. Hättest ja mitspielen können. Du darfst da gar nicht. Bei denen gewinnen. Scheiß. Top. Wirklich. Klasse. Wir drücken die Daumen. Ja. Dann los passiert. Auf Platz 3. Ne. Ja. Das habt ihr euch gedacht. Weil ihr seid zu begeistert von eurem eigenen Spoon. Aber ich weiß, ihr habt noch gar nicht teilgenommen. Ihr habt nämlich geschrieben. Super Jungs. Los, los, los Leute. Abonnieren. Viel Glück an alle Teilnehmer. Ja. Du weißt natürlich, dass ihr nicht daran teilgenommen habt. Zum Namen, das war Guf des Norns. Ja. Der Sponsor hat selber gesponsert und hat selber noch viel Glück gewünscht. Ja. Und hat tatsächlich gezogen worden. Natürlich lassen wir dieses nicht gelten. Ja. Es fehlt ja auch das Petri Heil. Ich wollte was sagen. Genau. Top. Angehörige unseres Teams sowie Sponsoren sind natürlich ausgenommen von dieser Verlosung. Jawohl. Wir ziehen weiter. Es geht weiter um den Platz 3. Michael Fredorixsen hat gewonnen. Und zwar hat er geschrieben. Petri Heil aus Dänemark. Ja. Sehr cool. Glückwunsch. Sehr klasse. Finde ich erstmal Glückwunsch zu diesem geilen S-Bonus. Wir werden dich kontaktieren und lassen dir diese auf dem Postweg dann zukommen. Das kriegen wir. Ja. Klar, dann machen wir. Auf jeden Fall. Die sollen auch nach Dänemark kommen. Viel Spaß damit. Viel Erfolg. Dankeschön. Jawohl. Läuft doch hier. Finde ich gut. Kommen wir zum Platz 2. Platz 2 kriegst du schon 3 S-Bonus. Drei Stück sind es schon. Da kann man damit umgehen. Richtig. Geile, klasse Farben. Perfekt. Muss man nochmal sagen. Ja. Selber teilweise schon gefischt. Auch Erfolge mit erzielt. Ja. Ja, gerade du. Du fischst die echt sehr gerne. Ja, mein ich das auch sehr schön. Ja, doch. Die haben ein sehr gutes Laufverhalten und die Jungs machen wirklich gute Arbeit. Also der der die bekommt kann sich oder der oder diejenige auf jeden Fall kann sich sehr darüber freuen. Ja. Auch nochmal so als kleinen Augenmerk. Über die Kleinanzeigen-Groof des Nordens. Jawohl. Kann ich auch nochmal gleich einladen. Alles zu erwerben, die die nicht gewonnen haben. Genau. Also auch viele viele andere verschiedene Farben noch erhältlich. Ja. Gummis. Genau. Die machen ja auch den El Nador. Falls die Jungs noch nicht kennt, das ist ein Gummi. Der wirklich sehr sehr geil ist. Er treibt ein wenig auf. Und das macht den Gummi echt besonders. Hab ich so selten gesehen. Finde ich sehr gut. Ich blende euch da irgendwo da oben mal einen Link von dem eBay Kleinanzeigen-Shop ein. Da könnt ihr gerne mal gucken gehen, falls ihr nicht gewinnen solltet. Aber für die Teilnehmerbedingungen erfüllt hat. Glaube ich nämlich nicht. Weil er hat nämlich auch solidaritätsmäßig geschrieben. Und zwar hat er geschrieben. Moin Männers und herzlichen Glückwunsch den 100 Abonnenten. Macht weiter so und bleibt wie ihr seid. Knüttelt mir mein Hartmut. Hartmut da. Hartmut. Ich knuddelt zurück. Hartmut. Hartmut. Ich freue mich euch bald wieder am Wasser zu sehen. Viel Glück allen Teilnehmern. Björn, super Kommentar. Aber es fehlt das Petri Heil Björn. Genau. Warum wohl? Auch da den Youtube Kanal gerne besuchen. Genau. TataTV. 100%ig. Macht jeden Fall. Sehr geile Videos. Auf jeden Fall, wenn ihr nicht abonniert habt, abonnieren klicken. Macht sehr gute Videos. Kann auch angeln der Junge. Ja sehr gut. Wir ziehen weiter. Team Nummer 2 ist immer noch frei. Viel Glück euch allen. Es geht los. Stark und weiter so. PS4 Gaming PS. Ich weiß wer das ist. Das dürfte Pierre sein. Auch ein Teamkollege von uns. Das ist auch ein Teamkollege von uns. Aber er Teamkollege ist. Fällt damit raus. Und Platz 2 ist immer noch frei. Richtig. Und? Er hat auch wieder die Regeln nicht erfüllt. Richtig. Teil Petri Heil. Genau. Aber dafür sind die Chancen für euch gestiegen. Wieder einer raus aus der Nummer. Das läuft irgendwie. Und da kann man sehen, wir haben damit nichts zu tun. Das ist alles per Zufall. Und es ist live. Ja. Platz 2 geht an... Turtle Power. Und zwar hat der liebe Herr geschrieben. Super Gewinnspiel. Danke für die Chance. Nächstes Jahr im Frühling bin ich wieder unterwegs. Da würde der Gewinn gerade richtig kommen. Dieses Jahr waren wir Ende Oktober in Italien. Oh. Fein. Sehr gut. Am Anfang habe ich natürlich vergessen vorzunehmen. Da hat er Petri Heil geschrieben. Damit hat er die Teilnehmerbedingungen erfüllt. Wir kennen ihn noch nicht. Bitte kontaktiere uns. Oder wir kontaktieren dich. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Lass dir die Postweg zukommen. Korrekt. Und dann kannst du damit im Frühling angeln. Ja. Und wir fangen auf jeden Fall. Wir würden uns über einen Bericht darüber natürlich freuen. Ja. Wenn du sie beangelt hast. Wie waren die Erfolge? Wie bist du damit zufrieden? Ja. Vielleicht auch ein Ruf des Nordens. Mal ein Feedback. Ja. Würden wir uns sehr darüber freuen. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. 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 Vielen Dank an mein Fishing Box. Das haben wir echt super zusammengestellt. Dann haben wir auch noch einen. Genau. Ja. 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 Wer das gewinnt. Sie haben es gewonnen. Haben wir den Hauptgewinn zurecht gewonnen. Auf jeden Fall. Glück ist... Glück des Schmiedes. Genau. Es wird ein genommen hat. Hat es Glück. Und läuft. Jawoll. Hoffentlich geht es an. Oh Svenja. Aber ich denke mal aus der Fairness hinaus. offenbar. Es gibt nur ein Gewinn. Es gibt nur ein Gewinn. Das tut mir leid. Doppel auslosen ist nicht Svenja. Weißt du selber! Und das Programm gibt es leider nicht anders her. Nein. Aber wir losen noch mal weiter. Aber Svenja, du kriegst ja Sonntag dein Spoon. Ja genau. Der Hauptgewinn steht noch frei. Wir werden weiter verlosen. Und er geht an Jan Röhrs. Er hat geschrieben Petri Heil und macht weiter so. Top. Ja Jan, gratulation. Ja auf jeden Fall gratulation dieser geilen Box. Unser Hauptgewinn. Ja auf jeden Fall. Finde ich sehr gut. Läuft bei dir. Würde ich sagen. Wir werden, denken wir miteinander schreiben, kommunizieren und lassen dir die Box zukommen. Genau. Über den Postweg. Genau. Dann hast du den auf jeden Fall. Ja. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern nochmal ganz intensiv. Es war hundertprozentig. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt glaube ich. Ja ich freue mich. Wir sind stolz auf euch. Ja. Gerne weiter kommentieren. Abonnieren. Genau. Lass einen Daumen hoch da. Freunde empfehlen. Wie auch immer. Kostet alles kein Geld. Nein. Aber es kostenlos. Und wenn ihr uns weiterempfehlt und wir die 250 Abonnenten knacken, dann gibt das nächste große Gewinnspiel. Das versprechen wir euch. Jawohl. So soll es sein. Ja. Ich denke mit diesen Worten verabschieden wir uns. Und wünsche noch einen schönen Sonntag für euch. Einen schönen Sonntag. Einen schönen dritten Advent. Genau. Wir haben noch den dritten Advent. Genießt die Weihnachtszeit. Denn das nächste Video wird erst nach Weihnachten kommen. Aber genießt die Weihnachtszeit. Bleibt gesund. Muss man ja heutzutage sagen. Ja. Und ja Freunde. Macht's gut würde ich sagen. Ciao. Bis dann.